Moin Herzlich Willkommen Wir sind jetzt gerade bei die Paletten ins Lager Jetzt räumen, damit die nicht mehr so rumlegen Also damit die nicht irgendwie das Spielprobleme haben Nein, läuft der Dreck, oder? Ich habe ihn nicht ausgemacht Aber du bist nicht gemutet Im Spiel Habe ich gerade gemacht, Entschuldigung Ah, okay Folgt mich sehr Ich habe dich nur auf einmal zweimal gemacht Warte mal Warte mal Machen wir einen anderen Schlag Gucken wir mal, ob das klappt Oder ob ich gleich noch eine Palette verliebe Das macht physikalisch gesehen überhaupt keinen Sinn Dass ich da querfeldein einstechen kann Ich habe da eben, wie ich die Paletten da gold habe, einfach eine Palette vorgezogen Ja, weil das nicht einfach einstechen kann Ich bin das Holz durch Junge, wieso habe ich denn Ja? Wieso hast du was? Äh, ich sehe dich oben Ich sehe oben, dass du in drei Fahrzeugen sitzt Warte mal Und jetzt? Jetzt sitzt du immer mit zwei Warte mal Jetzt eins Jetzt nur noch ein eins Ja Okay Also ich habe ja nichts dagegen Das wäre ja dann eine super Arbeitseinstellung, aber Ja Drei Fahrzeuge gleichzeitig Das wäre ja Dann wäre was falsch glaube ich Das wäre ja Dann wäre es bei einem Bewerbungsgespräch Oh scheiße Ich kann drei Fahrzeuge gleichzeitig steuern Wenn du das bei einem Bewerbungsgespräch sagst Ich will sofort tönen Ey Ich will jetzt mal wohl Wett? Drei Fahrzeuge gleichzeitig? Hä? Das sooo Wie geht das? Ich habe einen Pump gegen den Zaun gefahren Scheiße Aber das ist lädt ab Naja Kann ich nicht sagen Äh 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 Ja Ich hab dich einfach nur scheiße erwischt Äh 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 Was dann? Die Salatpalette ist gerade nach Nevada geflogen Aber das ist ja normal Dass die gerne fliegen wissen wir schon Oh scheiße Ah Da ist gerade was geflogen Ich bin das egal Ich glaube sie dann auch runterfallen sind Ach kacke da Holst du es selber oder so? Nicht gut Ich soll nicht denn da hinkommen Ja Ach die liegt im egal drin Was willst du? Ha ha Ich stehe die ja von deinem Regal unten Äh Ja da liegt eh die Eie die Ballengabel vor Äh Bremsen Slacks Ah der Ballenspieß ja äh da musst du hin weil der Ballenspieß wirklich und den kann ich nicht anhängen streng dich halt mal an du bist mal den Adopterkauf oh das wird interessant das wird interessant ich frage mich gerade wo ich langfahre ich glaube ich verunmere wenn die Kanister umfallen dann haben wir eine Umweltbedingung ja, bezieht ja noch naja, nicht so schön langsam fahren vorsichtig fahren ah ne App bei der Station ähm aber ist auch schon zu viel Achtung brauchen wir Miststeuer nein, wir brauchen keinen Mist nein, 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 nein sie steht noch sie steht noch sie steht noch sie steht noch ich brage alle fast zu schnell guck mal wie gut ich geladen habe hallo 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 sie ist denn angekommen ähm laden die jetzt auch aus oder gehen die hier nicht rein hm ähm ich komm mal kurz ins Milieu da weiß ich nicht äh sie los ich hab das Gefühl da geht keine Hände äh ne also Kommando zurück Können wir auf die unten heile ankommen uuuuuh nein, nein aah nein, es kommen nicht heile unten an so so und in meiner Welt sind wir stark in meiner Welt kämpfen wir bis zum Abend ein blutiger Tag bis das ergeht aus meiner lange Schlacht ich bin hier fertig wenn die Krone mich zum König macht also fahr ich da wieder runter ähh stell das gar wieder dahin wo es standen uuuuuh langsam 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 etwas angleichen jaja jaja ja 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 das ist dieses carbine und gepackt oder was ja ja genau ja du bist einfach umgefallen jetzt sag ich auch noch mitnehmen oder was Achtung 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 ja dann warte halt bis ich weg bin oder so Nö hh Warum nicht fallen so im Moment aus fest Wir stehen wieder 1 So 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 Ich probiere jetzt bei der Internation. Als ob Saatgut hier auch nicht reingeht, aber Kalk geht rein oder was? Ah doch, geht rein. Achtung! Ich weiß nicht, wie viel Platz noch war, aber... Ich habe überlegt, ob ich einfach den Frontline erhoben habe, wenn wir kurz fahren. Also, das war doch so knapp. Das habe ich. Ja, was? Nächster ist gut. So. Ich habe keine App mehr mehr. Holst du die letzte? Die letzten zwei oder was? Eine noch. Ich nehme die von unten. Ja. War das was? Ja, guck mal. 1-Arch-Platz-Fahrer. Künstler. Ich muss nämlich das Tor zu machen. Nein, nein. Vorwärtsgang. Jetzt hätte ich gern diesen Paustitel-Lader. Mhm. Der die Gabel so zur Seite macht. Achso. Im Namen. Zur Seite machen kann. Was du gern hättest. Was du bekommst. Hm. Also, ich fahr jetzt einfach mal rückwärts. Guck mal nach hinten. Ob die Palette nicht lange drauf ist, weiß ich noch. Ich sehe es ja auch nach rechts und da. Achtung, so. Ah Scheiße, ich rückwärtsgang. Ja, du mich auch. Guck mal. 1A Rückwärtsgefahr. Haben wir jetzt alle. alles ich denke scheint dass wir noch was haben wunderbar es legt gerade jetzt so und ich hatte ja gerade ja ja wohl nicht so ganz aber die haben ja alles was sie brauchen 348 eier und ob uns echt gesundheit 30 4 keine ahnung sie hat gar nichts ich muss die Kamera wechseln ah weil innen an sich sie gar nicht so so dann hole ich nämlich gerade mal den Adapter jetzt na brauchen wir noch irgendwas für den Tätlader oder ich weiß ich wüsste was willst du den holen ich will den Adapter holen da ist fortladet da hätte ich gleich so einen kleinen Anhänger noch mitgenommen oder so eigentlich brauchen wir ja nix glaubt man, dass wir sind aus einer aktiven Anlage wie gerade halbster in meinem Zimmer 21 vielleicht sind die Tätl auch brauchen die auch nur so lang weil die halt einfach weil es halt einfach nicht sehr viele sind oh macht Sinn macht vielleicht etwas Sinn ja guck mal was der Händler so im Angebot hat das ist für Radlader ja sehr gut keine Ahnung brauchen wir mal Kalkstrahl, Düngerstrahl, Tätlader hm 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 Tätlskoplader das nicht da kann das nicht von den Recker Tätlskopladern genau farbepastung 400,- Euro zack So, Palettengabel, Poltergabel, Gabelzange, Schaufel? Na, geschnitzt können. Willst du dich ja mitnehmen, wenn du in den Ertapters... Jaaa... Aber theoretisch brauchen wir sonst nixen. Beinspieß? Nö, egal. Nö. Ach komm, Beinspieß. Vielleicht krieg ich's ja hin, beide mitzunehmen. Ich wüsste ja nicht wie, aber... Er hat falsch, ja zweimal, mein Gott. Ja, war halt kein Auto. Das müssen wir mal machen. Nein. Ich hab jetzt überfahren. Boah, Alter. Ja, weiter zweimal. Boah, ich hab noch mal her. Oh, du... Schreib, bis ich nur ne Beinspieß vorne dran. Ich glaub, ich sollte mal ein bisschen anders herstellen. Vorher schon jemanden aufpieß. Ja. Ja. Vielleicht jetzt das Lächste, oder? Ich geb ihm mal ein paar Konten der Walschehen. Ja. Wenn du das sagst. Ich hab die Kiasche läutet. Auto halten! Na! Oh mein Gott. Ich bin doch lebensmüde. Stimmt, die haben wir nur mal ein Schilder bekommen, stimmt? Die haben jetzt nur mal Schilder, die Autos. Kann man dir jetzt anzeigen? Theoretisch? Theoretisch und praktisch. Ich hab jetzt nur mal Schilder. Praktisch ist das so ne Sache. Da es keine Polizei gibt, wird es schwer. Was machst du jetzt eigentlich grad? Halten! Ich wollt grad fragen, warum sitzt du im Jodie? Bitte, was ist im Jodie? Aber okay. Wir haben ja noch Pferde. Gibt's auch keinen, der das macht. Weiß ich noch. Hab noch keinen gesehen bisher. Von daher. Vielleicht gibt's sowas, ich weiß es nicht. Aber die fünf Pferde da reiten, mein Gott. Haben doch eh nix zu tun. Was hältst du eigentlich von Precision Farming? Hm? Was hältst du eigentlich von Precision Farming? Was ist denn das? Dieses Bodenproben-Ding da, DLC. Du brauchst nur so Dinge, weil es im 19 auch schon gab. In Ordnung. Was brauchst du denn das? Damit du mehr Arbeit hast. Wieso hast denn da mehr Arbeit? Weil du Bodenproben dehnen musst, dann hast du individuelle Düngung. Ich hab individuelle Felspritzen, glaub ich auch noch. Dann kannst du das. Individuelle Aussage, glaub ich. Das ist alles noch ein bisschen. Ja. Das kommt demnächst jetzt mal raus. Ach stimmt, was hältst du eigentlich schon im DLC? Was soll ich damit? Mit den paar Traktoren da. Das war mir so klar. Ja, ganz ehrlich, das ist doch unnötig. Ja, gut. Gut, es sind dann mehr Traktoren für Weinbau. Super. Das Beste finde ich halt dieses kleine Fahrzeug, diesen Traktor. Mit der Ladeflasche. Ich glaub der fährt 20 oder was der fährt. Aber das war mir sofort klar, dass du damit nicht anfangen kannst. Wir liegen hier an der Böke hier und Einkaufswegen. Wer hat sich das ausgedacht? Die Lade von Rudern hat eine schon da rum. Hat noch keine Wecker raus. Ganz ehrlich, ich war hier unten noch nicht. Oh, Alter, ich bin doch fünf Meter von dieser scheiß Wand entfernt. Jetzt lauf doch. Da bist du ja Kaul, Alter. Ach so, du bist ein Pferd unterwegs. Was? Jetzt lauf doch da hoch, du stehst doch eh schon an der... Das Ding ist eigentlich für Arsch. Ich glaub der kommt da nicht hoch, glaub ich. Ich glaub ich hab ja schon aufgehend. Ey, Mann. Ich weiß, warum ich nicht so kein Pferd allein, ey. Was ist das, was weiß ich, du? Ja, wenn du reißt, da unten rum. Wenn du auf dem Feld rum reißt, dann geht doch alles. Super, Alter, die stoppen ja schon bei einer Pflanze manchmal. Jetzt lauf weiter, Alter. Jetzt verletzt ich mich und du kommst gleich zum Metzger. Bist du da hin? Ich komm auch kurz zu sehen. Ah, ich seh dich noch nicht. Beide vom Zug rüber fahren. Das ist mir auch egal. Ah, das Pferde schreit. Das Pferd. Wie Pferd hast du noch? Drei. Oh, das ist so viel. Ich kann da ja gleich helfen. Ich guck jetzt. Ähm. Wau. Na, Ofiz. Weitere. Da bische Gaul. Die armen Pferde sind noch nicht beleidigend. Die haben dir nichts getan. Die haben dir doch nichts getan. So, wer ist da nicht geritten? Reiten 100%. So, die Jodie. Rascal ist geritten. Wer bist du? Whisper. Ist da nicht geritten. Ich bringe es mit Lenkrad. Es gibt ja momentan auch einfach keine Missionen, die du einfach machen kannst. Äh, ich hab auch nicht geguckt. Warte mal, ich guck mal. Es gibt halt nur Spritz-Missionen. Da machst du halt nur eine Dünger-Mission. Super, Alter. Äh, warte mal, Missionen. Beim Spritzen machst du ja mehr Minus als du Plus machst. Äh, warte mal. Was ist beim Spritzen? Ja. Äh, ja. So kriegst du weniger als stillkriegst. Oh, da hast du einen Verbrauch von so einem Süßdauschlein. Es gibt keine Spritz-Mission, die sich lohnt. Das verstehst du schon. Nee, du hast nämlich einen Tier schon verbohrt. Hm, fällst du 47-C lohnt sich auch nicht. Das lohnt sich alles nicht. Gut, fällst du sieben Ballen pressen. Kriegst du 7000. Und noch 4.700. Nee, aber da war nicht, das war nicht krass. Also heute verstehe ich das Spiel. Ich hab auf der Karte drei Pfeile, ey. Von dir allein. Ja, mit dem, wo du gerade auf dem Pferd sitzt, 4. Ja. Äh, hast du 25 Schausten zu deinem Böbel? Nee. Wenn ja. Bringt 118.000. Oder Raps. Moin. Ich bringe diese Pferde eigentlich schon, wenn die Volke, äh, also wenn die fertig sind. Bis jetzt bringt die ja noch nicht sehr viel. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wirklich, er ist soweit. Nicht so ein Gezwungen hat. Nichts, ich muss den Gang bauen. Wärtsgang, bitte. Jetzt vorwärtsgang. Ich bin schon ge... Ah, fast fertig. Okay, dann ab nach Hause gerannt. Rückwärtsgang. Ja, ich muss einmal das Rückspedal, das Bremspedal. Schalthebel. Ja, nicht schalten muss ich nicht. Am Ohr so oder so. Ja, genau. Adopt ist der Hof. Oh, kann man wieder schlafen angehen, denke ich. Dankeschön. Ich weiß immer noch, wie ich springe. Wie springe ich denn? Blöd hast du. Ja, ja, aber... Bremsen. Na ja, im Trab-Tempo läuft der auch über den Zaun drüber. Äh, Wispa, stopp mal. Du musst nur gestickelt werden. Ne, du bist raskalt. Warte mal. Ah, du bist dreckig. So. Alle fertig jetzt hier. Gut. Ja. Geht's den Bienen? Ja. Super geht's den. Viel Kalk haben wir eigentlich. Ich glaub da, 40.000 Liter oder so. 40.000, ja. Das ist richtig. Guck mal, das sieht da wunderschön aus, das Ding da. Mach's doch gut hingestellt, oder? Hm. Wunderbar, die Fläsche genutzt. Das wird dann halt so eine interessante Sache, wenn die wir da nach Hause müssen. Ja, das ist richtig. Aber das ist dann... Zukunftsproblem. Nein, Gott. Nein. Weil theoretisch kann man dann LKW mieten, oder was? Habe ich eigentlich ein Ding mit reingenommen? LKW da? Nee. Traumauern, oder? Oder? LKW da bestellen? Das geht mir schon mal den Krone Profi Liner, äh, mit Rampen. Das schon auf Fahrzeuge einladen, nicht still. Aber warum meine ich? Ja, das geht mir schon. Man bringt die Sachen nochmal meistens Januar. Äh, Salat. Äh, Salat. Asken, das gibt ja jetzt Spice-Diener-Anzeigen, gell. 1,9 im Januar. Tomaten, 1031 im Januar. Erdbeeren, 520 im Januar. Wunderbar. Wunderbar. Dezember, ach Gäste. Ich will Gott, falsch. Wo sind die Silager eigentlich? Silager, Silager? Bitte, bitte. Ach, da. 325 im Januar. Baumwolle auch, gell? 2,4 im Januar. Alles im Januar. Ja, alles im Januar. Alles im Januar. Alles im Januar. Geh mal halt schlafen. Ähm. Ach, du bist hier vorhin umgefahren. Stellt mir, das sind das für komische Heifenspuren, die in der Luft sind. Da ist schräg. Bin ich ernsthaftweise zu Hause? Mein Traktor steht noch nicht vorne. Lohne. Wart doch mal. Ist mir egal, mir das... Ich wurde das jetzt mehr aufgegeben. Weißt du, was ich jetzt mach? Ich glaub, du würdest mir gleich sagen. Nö. Oh nein, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Oh Gott. Ui. Na gut. Hab geparkt. Hat nicht so ganz geklappt, was ich vorher hatte. Das hat letztes Mal schon nicht geklappt. Stimmt, da war immer was. Aber gut. Danke fürs Zuschauen. Lass es leid, dass es euch gefallen hat. Bis nächste Folge dann. Tschüss. Tschüss.